Moin Moin und Hallo, mein Name ist Klaus Berger und ich heiße euch herzlich willkommen zu den neuesten Star Citizen Infoschnipsichen im Bereich Bergbau, Planetenoberflächen und aktivem Radar, die euch sicher interessieren werden. Aber bevor es losgeht, direkt einmal zu der aktuellsten Neuigkeit. Alpha 3.2 wurde an die Evocati, die geschlossene Testgruppe unter Verschwiegenheitspflicht, am gestrigen Tage herausgegeben. Nachdem es offensichtlich zunächst zu einem Serverausfall kam, scheint nun der Test vier Wochen vor Ende des Quartals zu beginnen. Weitere Infos folgen natürlich in Kürze auf diesem Kanal. Im letzten ATV konnten wir neueste Entwicklungen zu den Oberflächen des kommenden Planeten Hurstens erfahren. Für diesen werden derzeit Savannenbiome aktiv in unterschiedlichen Beleuchtungen getestet, bevor man demnächst das Thema Tundra aktiv angehen will. Ebenfalls gibt es erste sehr frühe Bilder von Hurstens Tagebauflächen. Der gesamte Planet wurde extremen Bergbau ausgesetzt, die Spieler werden jedoch in solchen Gebieten trotzdem in der Lage sein, weitere Erzverkommenen finden zu können. Mining Die neuen Mining-Armen-Animationen des Bergbauschiffes Misk Prospector durchlaufen aktuelle Testphasen und sind schon deutlich fortgeschritten zu bestaunen. Man achte auf den flexiblen Schlauch, der sich jetzt schon stimmig zu dem gesamten Rest bewegt. Zusätzlich testet man derzeit Verteilungssysteme für alle Planeten, sodass jedes Ökosystem in einzelne Zellen aufgeteilt wird und innerhalb dieser unterschiedliche Mineralen und Ressourcen verteilt werden. Dies wird aus meiner Sicht dem Bergbau eine tolle Erkundungskomponente hinzufügen. Da freut man sich umso mehr auf das Bergbau-Gameplay, das nach 3.2 noch deutlich ausgebaut werden soll. Zum Schluss noch eine kleine Info zum Radar. Der bereits in der letzten Woche vorgestellte aktive Radar-Ping wird vom Partikelemitter des Schiffes in der Weite oder fokussierter eingestellt werden können, je nach Bedarf des Spielers. So ist zu erwarten, dass der Spieler direkter oder indirekter gewisse Regionen scannen kann und dementsprechend mehr oder weniger Details erkennen kann. Scanning als nur eines von vielen Systemen wirkt jetzt schon sehr interessant und jeder Vollzeiterkunder von euch wird es garantiert jetzt schon nicht mehr aushalten können, bis dieses neue System in Star Citizen Einzug hält. Damit ihr auch zukünftig keine Neuigkeiten verpasst, am besten sofort den Klausberger-Channel abonnieren und auf das kleine Glöckchen klicken, damit ihr alle Infos sofort erhaltet. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr eine Meinung zu Bergbau, Planetenoberflächen und aktivem Radar habt, dann haut sie unten in die Comments und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oder wie es echte Star Citizen sagen, see you in the verse! mit dem Schnellen mit dem Schnellen Wie wird das Schnellen bei der Schnellen oder übernachende bei der Schnellen 1 2 Vielen Dank.